Das Zugpersonal begrüsst Sie im Golden Pass Express nach Spiez, Eudiemtigen, Erlenbach, Woltigen, Zweisimmen, Nächsterhalt, Interlaken West. Aus technischen Gründen verkehrt zwischen Interlaken Ost und Zweisimmen statt des Golden Pass Express ein Ersatzfahrzeug. Reisende nach Montreux steigen bitte in Zweisimmen um. Wir danken für Ihr Verständnis. Le personnel d'accompagnement vous souhaite la bienvenue a bord du Golden Pass Express a destination Spiez. Eudiemtigen, Erlenbach, Woltigen, Zweisimmen. Prochain arrêt, Interlaken West. Pour des raisons techniques, un véhicule de remplacement circule entre Interlaken Ost et Zweisimmen au lieu du Golden Pass Express. Les voyageurs en direction de Montreux sont priés de changer de train à Zweisimmen. Merci pour votre compréhension. The Golden Pass Express team welcomes you on the train to Spiez, Eudiemtigen, Erlenbach, Woltigen, Zweisimmen, Nächsterhalt, Interlaken West. For technical reasons, a replacement vehicle is running between Interlaken Ost and Zweisimmen instead of the Golden Pass Express. Passengers traveling in the direction of Montreux, please change trains at Zweisimmen. Thank you for your understanding. Erlenbach, Erlenbach, Woltigen. Wir treffen in Zweisimmen ein. Endbahnhof. Reisende Richtung Montreux steigen bitte um. Das Zugteam des Golden Pass Express bedankt sich und wünscht eine gute Weiterreise. Achtung! Dieser Zug wird geschlossen und weggestellt. Nous arrivons à Zweisimmen. Gart Terminus. Les voyageurs en direction de Montreux sont priés de prendre le train de Correspondance. Les voyageurs en direction de Montreux sont priés de prendre le train de Correspondance. Le personnel d'accompagnement du Golden Pass Express vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Attention, ce train va être fermé puis manœuvré. We are arriving at Zweisimmen, Terminus Station. Passengers traveling in the direction of Montreux, please change to the connecting train. Thank you for traveling with the Golden Pass Express. We wish you a nice journey. Attention, please. This train will be closed and taken out of service. Das Zugpersonal begrüsst Sie im Golden Pass Express nach Boltigen, Erlenbach, Eudiemtigen, Spiez, Interlaken Ost, Nächsterhalt, Boltigen. Aus technischen Gründen verkehrt zwischen Zweisimmen und Interlaken Ost statt des Golden Pass Express ein Ersatzfahrzeug. Wir danken für Ihr Verständnis. Le personnel d'accompagnement vous souhaite la bienvenue à bord du Golden Pass Express à destination Boltigen, Erlenbach, Eudiemtigen, Spiez, Interlaken Ost. Prochain arrêt, Boltigen. Pour des raisons techniques, un véhicule de remplacement, circulent entre Zweisimmen et Interlaken Ost au lieu du Golden Pass Express. Merci pour votre compréhension. The Golden Pass Express team welcomes you on the train to Boltigen, Erlenbach, Eudiemtigen, Spiez, Interlaken Ost, Nächsterhalt, Boltigen. For technical reasons, a replacement vehicle is running between Zweisimmen and Interlaken Ost instead of the Golden Pass Express. Thank you for your understanding. Interlaken West, Reisende nach Interlaken Ost, Luzern und der Jungfrauregion, bleiben bitte im Zug. Les voyageurs à destination d'Interlaken Ost, Luzern et de la région Jungfrau sont priés de rester à bord. Passengers traveling to Interlaken Ost, Luzern and the Jungfrau region, please stay on the train. Wir kommen in Interlaken Ost an, Endbahnhof. Sie haben Anschluss nach Luzern und der Jungfrauregion. Das Zugteam des Golden Pass Express bedankt sich und wünscht eine gute Weiterreise. Achtung! Dieser Zug wird geschlossen und weggestellt. Wir kommen in Interlaken Ost, Luzern und der Jungfrau. Le personnel d'accompagnement du Golden Pass Express vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Attention, ce train va être fermé puis manœuvré. We are arriving at Interlaken Ost, Terminus Station. There is a connection to Luzern and the Jungfrau region. Thank you for traveling with the Golden Pass Express. We wish you a nice journey. Attention, please. This train will be closed and taken out of service.